Das ist ein Stein. Das ist auch ein Stein. Das ist auch ein Stein. 1, 2, 3, 4 Steine. Ist das ein Stein? Ja, das ist ein Stein. Ist das ein Stein? Das ist kein Stein. Was ist das? Das ist ein Ball. Ist das ein Stein? Nein. Nein. Das ist eine Kokosnuss. Dieser Stein ist grün. Dieser Stein ist grün. Dieser Stein ist auch grün. Moment. Nein. Dieser Stein ist blau. Ja. Blau. Und grün. Ja. Ja. Und rot. Ja. Dieser Ball. Ja. Ist das ein Ball? Ja. Das ist ein Ball. Dieser Ball. Dieser Ball ist blau, grün, rot und gelb. Ja. Vier Farben. Vier Farben. Rot ist eine Farbe. Grün ist eine Farbe. Gelb ist eine Farbe. Farbe. Ja. Farbe. 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 Ja. Das sind die rote Farbe. Die grüne Farbe. Die gelbe Farbe. Die blaue Farbe. Okay. Dieser Ball ist auch grün. Die Schnur ist rot. Ja. Rot. Das hier ist braun. Ja. Braun wie der Tisch. Der Tisch ist braun. Die Kokosnuss ist braun. Okay. Der grüne Stein. Und der weiße Stein. Ja. Der weiße Stein. Hier, der hier. Der weiße Stein ist groß. Der grüne Stein ist klein. Der Stein ist groß. Ja. Neun Zentimeter groß. Der Stein. Ein Zentimeter. Ja. Ein Zentimeter. Groß. Klein. Stein. Der Golfball. Ja. Der Golfball. Das ist ein Ball. Das ist auch ein Ball. Das ist auch ein Ball. Das ist ein Golfball. Ja. 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 Weiß. Ja. Weiß. 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 Dieser Stein ist weiß, ein kleiner Golfball, ein großer Stein, der Stein ist groß, ein großer Stein. Der Stein, ein Stein ist klein, klein, mittel, groß. Der Stein ist klein, ein kleiner Stein. Ja, ein kleiner Stein. Das ist ein kleiner Stein. Und das ist ein grüner Stein. Ein grüner Stein und ja, rot. Ist das ein roter Stein? Ich würde sagen, ja, das ist ein roter Stein. Super. Cool. Was ist das? Eine Kokosnuss. Die Kokosnuss ist größer als der Stein. Die Kokosnuss ist größer als der Stein. Die Kokosnuss ist groß, der Stein ist klein. Der Stein ist kleiner als die Kokosnuss. Die Kokosnuss ist größer als der Stein. So, was Neues. Was ist das? Ein Handy? Ein Handy? Nein. Das ist ein Apfel. Nein. Das ist ein Ball. Der Ball, was haben wir denn? Ja, der Stein. Der Ball ist größer als der Stein. Nein. 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 Das ist falsch. Der Stein ist größer als der Ball. Der Stein ist größer als der Ball. Der Ball ist kleiner als der Stein. So. Hier. Ein Stein und ein Tippie, ja, für Indianer. Ist der Stein klein oder groß? Ja. Der Stein ist groß. Ja. Der Stein ist klein. Das Tipi ist groß. Ist das Tipi größer als der Stein? Ist das Tipi größer als der Stein? Ja. Ja. Das Tipi ist größer als der Stein. Ist das Tipi kleiner, ja, als der Apfel? Nein. 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 Der Apfel ist kleiner. Der Apfel ist kleiner als das Tipi. So. Der Apfel. Ja. Der Apfel ist lecker. Ham, ham, ham. Hm. Sehr gut, ja. Der Apfel ist lecker und der Apfel ist rot. Ist der Apfel grün? Grün? Ja. Grün? Nein. Nein. Der Apfel ist rot. Moment. Rot? Nicht nur. Der Apfel ist auch gelb. Ja. Auch gelb. Das ist ein Stein. Das ist auch ein Stein. Das ist auch ein Stein. Dieser Stein ist grün. Dieser Stein ist auch grün. Die Steine, ja. Eins, zwei, drei Steine. Ein Stein. Drei Steine. Die Steine sind grün. Die Steine und die Bälle. Der Ball, der Ball, der Ball, die Bälle. Der Stein, der Stein, der Stein, die Steine. Ja. Die Steine und die Bälle. Sind die Steine größer als die Bälle? Sind sie größer oder kleiner? Ja. Die Steine sind größer als die Steine? Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Die Steine sind größer als die Steine. Das Handy. Das Handy. Ja. Das Handy. Ein Motorola-Handy. Ja. Mit I-Ink-Display. Naja. Egal. Das Handy. Ist das Handy größer als der Apfel? Ja. Handy. Apfel. Ist das Handy größer als der Apfel? Ja. Das Handy ist größer. Der Apfel ist kleiner. Und nochmal. Der Apfel ist gelb und rot. Welche Farbe ist das? Das ist blau. Der Ball ist blau. Und der Ball ist rot. Und welche Farbe? Grün. Und gelb. So. Und zum Schluss haben wir hier. Welche Farbe ist das? Schwarz. Und rot. Und gelb. Ja. Schwarz, rot, gelb. Das ist die deutsche Flagge. Ja. Okay. Danke fürs Zuhören. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.